Ich habe gleich alle gesammelt, die ich brauche. Ich habe meine besten Attacken verloren. Die kannst du auch immer wieder benutzen. Oh Flo, übrigens hast du, wenn du Schmied wirst, ja, kannst du mir dann ein paar von diesen Iron Dingern geben, weil die brauche ich, um Throwing Axes zu machen. Da bekommst du auch was davon. Hä, und wie soll ich Schmied werden? Schmied werden können wir dir nachher noch zeigen. Oder Fabi? Ja. Jetzt brauche ich wieder so einen blöden Busch. Ich brauche noch. Einen noch. Drei habe ich. Ich brauche noch einen. Ich habe vier. Ah, am meisten fehlt noch zwei. Ach, da ist einer. Wo? Auf der anderen Seite vom See. Wie viele sind auf der anderen Seite? Nur einer? Ja. Verdammt, mir fehlt noch einer. Barbie, wie viele fehlen dir noch? Jetzt. Warte. Hilfe! Wo bist du? Soll ich dir helfen, ne? Ja, ich wurde hier gerade von so'n... Was auch immer das ist. Jetzt reicht's. Warum holst du mal eins von diesen Dingern? Ich nehme mal wieder meine Axt. Ja, das Ding. Ding haben wir platt gemacht. Die droppen aber auch interessante Sachen. Sachen, wo ich gar nicht weiß, was es ist. Habt ihr jetzt alle das? Wo müssen wir denn jetzt als nächstes hin? Ich hab... Ich hab' auch noch eins. Rampid Mushrooms. Hier drüben. Auf der anderen Seite war bei dem Haus wahrscheinlich, oder? Pampid Mushrooms hab' ich jetzt auch, ne? Hast du einen? Nee, noch nicht. Aber das ist auch das, was ich jetzt machen muss. Warte mal, wo ist denn die Map? Auch weil man in die Richtung... Die ganzen Sachen sind da rüben. Da drüben wir im Kreis. Hier läuft mir hinterher. Ich seh' den Fall auch. Ich lauf' gerade auch in die Richtung. So, hier muss jetzt irgendwo rumliegen. Ja. Diese Gegner sind schon interessant, gell? Aha. Ja. Ich seh's noch nicht. Ich auch nicht. Oh, da ist so ein Haus. Vielleicht gibt's da diese... Oh, da sind die Brote. Nee, da sind die Mushrooms. Und die Brote. Nee, nur Mushrooms. Meine Mushrooms. Bist du gerade unsichtbar eigentlich? Nein. Wir streiten uns gerade übel drum. Okay, zwei brauche ich noch. Einen brauche ich noch. So. Ich hab' alle. Ich hab' alle. Einen. So, wo ist das... Wo ist der Rest? Warte kurz, Juli. Das wird nicht angezeigt, wo der Rest ist. Da, es wird nicht angezeigt, wo der Rest ist. Oh doch, wir müssen wieder zurück, oder? Doch, ja. Es wird angezeigt. Oh ja, wir müssen zurück. Und zwar, wir müssen... Jetzt müssen wir Brot machen. Das wird lustig. Ich rauf genau dahin, wo der Fall mir jetzt zeigt. Ja, ich reite genau dahin, wo der Fall mir zeigt. Gut. Dann reitest du aber irgendwie in die falsche Richtung. Nee. Doch. Ich reite in die Stadt, da, wo wir hin müssen. Ich auch. Ja, ich lauf. Und ich komm von oben her. Ich lauf auch. Ja, aber unten ist praktischer. Da ist es schneller. Nein. Ich bewege gerade mal ein Headset durch die Gegend. Doch, unten ist es schneller. Scheiße, Juli. Ich habe dir die März den falschen Ring angezeigt. Tja. So etwas nennt man auch die Reihenheit. So, also ich bin bei dem Ofen und werde jetzt Brot backen. Warte mal. Ja, ich bin auch bei dem Ofen. Ich hänge schon wieder fest. Ich habe es. Drei Stück habe ich. Jetzt weiß ich wenigstens, was man braucht, um Brot zu backen. Drei Mal Brot musst du backen. Hey, du rührst in mich rein. Flori. Was? Wir rühren nicht in mich rein. Eins habe ich. So, ich habe alle drei. Dann kann es noch dauern. Jetzt muss ich die Quest wieder abgeben. Jetzt warte mal. Zwei habe ich. Wollen wir dann die nächste Quest machen, die die hat? Ja, dann warte doch erstmal. Warum? Okay, ich habe es. Da ist ein Runekeeper. Müssen wir denn hin? Wieder zu der Tusse. Und vier Frostball-Coins kriegen. Da kriegt man wieder. Okay, jetzt nimm die andere Quest, die die hatte. Unwilling Firewood. Firewood. Best Firewood. Geh hier lang, hier ist es schneller. Dann wartet aber auf mich. Ach so, ja. Geh, Juli, warte mal. Ja, Mann, krieg dich ab. Wo bist denn du? Ich bin außerhalb der Stadt. Ich bin über die Mauer gesprungen. Mach it. Jut, ey, Leute, ich will auch so ein hässliches Pferd. Kauf dir eins im Lothro-Store. Für wieviel Euro? Ich glaube, drei, zwei. Für immer. Ah, unser Pferd ist übrigens nur für 24 Stunden, ne? Echt? Ja. Oh, hier, jetzt springen wir da raus, du Idiot. Ich will echt vorauslegen, die Ada will schein. Und 360. Wow. Sieht das eigentlich stylisch aus. Flo? Was? Sieht das stylisch aus. Ach, bring the foodstuffs to Mabel Midford. Das hab ich doch gemacht. Ach nee, du musst erst mal... Hast du die Quest angenommen oder hast du die andere abgegeben? Äh, ich muss noch mal schnell gucken. Hui. Warte mal. Kann der Typ nicht mal ein bisschen schneller laufen? Das ist irgendwie scheiße, dass die so ewig brauchen... Oh Mann, du bist echt lahm, Flo. Ja. Ey, ich kann nichts dafür. Ja. Hey, Fabio ruft auch sein Pferd. Fabio, hast du die neue Quest? Oh, 344. Ja, ich hab das Firewood. Okay, los geht's. Jetzt, Juli, rafft euch. Fabio, geh über die Mauer, da ist es schneller. Ich probier's auch mal. Du kommst aber schon auch drüber. Ah, ich bin auch über die Mauer. Fabio, hier über die Mauer. Ja, ich hab's nicht... Ah, 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 ah. Hier. Ich hab's auch geschafft. Fabio läuft außen rum. Hi, Leute. Von mir kriegst du denn irgendwie gerade was nicht. Man sieht's, du wachst grad in der Mauer. Auf der Karte. Auf der Minimap. Wie? Es ist Juli. Schau grad, wo der Fabio ist. Fabio, nicht da rüber. Woanders. Ja, eh. Da bei den Schwänen. Irgendwas stimmt hier nicht. Hier. Hier. Bin auch wieder da. Nein. Habt doch. Wir springen beide über den Florian drüber. Rennen. Rennen, Juli. Ich komme. Tja, Flori. Zurückgelassen. Ich kann nichts dafür, wenn ihr so ein hessiges Pferd. Ich war halt immer für 24 Stunden. Ich lauf auch. Ich bin ja nicht gemein. Komm, endlich. Ich häng schon wieder. Dann reitest du gleich Fabio mal aufzuholen, okay? Bei mir zeigt es grad nicht an. Im Fall. Ah, doch jetzt. Ohr, auf, der ist ja so, so langsam. Was? Reiten ist so viel besser. Ich weiß. Du bist auch noch nie geritten. Ja, nein. Trotzdem. Oh Gott, ich lieg übelst zurück. So, Leute, hier muss ich irgendwo sein. Alright. Wow, hier ist er, ich hab ein. Ein Feuer. Das ist so wandelnde Bäume, die du. Bäume. Wandelnde Bäume. Sieht aus wie ein Zombie-Mann. Oh, der schmeißt mich weg. Ich fliege ja übel. Der schmeißt auch Steine. Meins. Meins, 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 meins. Ich hab eins. Ich auch. Wir müssen neun, Leute. Los geht's. Neun, neun Stück. Oh Gott. Es ist noch einer. Wir müssen sie immer zusammen umnieten. Oh, der kickt mich auch. Oh, jetzt bin ich schon wieder weggeflogen. Stopp. Arschloch. Alter. So, gemacht. Wir sind übel. Nicht übel. Doch. Nicht so stark. Das sind ein paar Typen. Irgendwas machen. So. Das war mal eine Super-Tage. Und witz. Plattesam. Das ist ein Trollkind, Juli. Wer? Ja. Bäume. Die Dinger, die wir platt machen. Ne, die Frage ist, was machen die hier? Oh, das ist ein Level-16er. Der hat einen Blickleiter. Kommando-Heralt. Oh, wie das hier aussieht, Juli. Überall. Wo bist du? Hier oben. Wo oben? Überall laufen diese Bäume rum. Übel. Ja, das sieht man auch von hier, du. Das ist übel. Aber wenn du mittendrin bist, ist es noch viel härter, weil ich durch die... Oh Gott. Ich habe drei Bäume an mir. Weg hier. Drei Bäume. Die werfen nämlich mit Stein. Oh, einer ist kaputt gegangen. Zwei sind immer noch hinter mir her. Leute, wir müssen neun von diesen umnieten, gell? Ich habe bis jetzt nur drei. Ich habe zwei. So, auch meine Maus. Meine Maus ist weg. Damm, der hat mich gelähmt. Mein Maus ist weg. Oh doch, da ist er wieder. Ich komme dir zur Hilfe. Fabi, du hast ihn plattgemacht. Ninja Loot. Ich helfe dir. Oh, funktioniert nicht. Oh, funktioniert nicht. Okay, nächst da. Lass mir noch mal. Ich bekomme XP, wenn ihr Bäume plättet. Das ist ein Baum. Vier habe ich. Ich schaue gleich mal, wie viel ich habe. Zwei Bäume. Hilf mir. Leute, ich werde schon wieder von so einem hässlichen Baum angegriffen. Hilf mir. Ja, helf mir mal. Ich war angegriffen. Ich bin auch von zwei angegriffen. Juli, ich bin gleich he. Ich auch. Fabi, kämpfst du von der Distanz? Das ist, was du am besten kannst. Ja, wenn das Ding nicht an mich zukommt, dann dauern. Lass noch eins, die wir noch tun. Hey, Leute, wir müssen zu dritt auf eins gehen. Hier, komm. Ich und Fabi haben auch zwei geschafft, also. Ja, ich bin immer alleine auf die los. Ja, angeber. Da oben steht er. Komm, wir holen uns den da oben, Juli. Ja, den da. Ja. Der wurde von... Oh, da ist noch einer. Links, links. Oh, der wurde abgeschossen von irgendjemandem. Rechts, oben, weiter, weiter, hier oben, hier oben, da oben. Ja, ich hab ihn, ich hab ihn, hab ihn, hab ihn, ja. Bin zwei. Juli, helf mir.